Niiihaa, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play War Thunder, euer Remco auf Remco LP. Und wie ihr seht, jetzt fahren wir realistisch und... Alter, guckt euch mal, wie der Turm sich dreht, wie langsam. Das ist ja echt der Hammer. Naja, ist auch hier. Und fahren wir los. Reiten wir los und hoffen auf das Beste. Oh, alles putti, alles kaputt, da wird der Dachdecker und der Zimmerer viel zu tun haben. Und der Schreiner. Der Schreiner, der Tischler. Oh, das ist auch dasselbe, ne? Schreiner und Tischler? Ne, Schreiner hieß es früher, jetzt heißt es Tischler. Und, ne? Schreibt es in die Kommentare, was ist eigentlich der Unterschied dazwischen? Ich weiß nicht, ob das so kluge ist, hier so auf der Straße zu fahren, aber bis jetzt, jo, das ist noch so relativ safe. Bromwell, alles klar. Läufe dieser an. Bin ja mal gespannt, wie der Kleine sich erschlägt. Das Klug ist, da hochzufahren, ich glaub nicht. Aber ist egal. Wir versuchen's mal. Unser Bestes. Boah, einen neuen Motor braucht der auch unbedingt. Sie überlegt, die haben die Dinger wirklich so früh ans Feld geschickt. Kaum erprobt. Das ist echt krass, ey. Kirche. Unser Weg. Dachte gute Position, aber im Gegenteil. Nimmt nur sogar die Sicht. Wo sind denn die Schweinebacken? Da ist eine. Die vermödete Truppen haben ein Gebiet eingeräumt. Ja, Tofa. Ja, Tofa. Das war jetzt schon mal der erste Kill, den wir hatten. Was? Nee, 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 nee. Stängig aus. Wovon wir mal lang gucken und ein bisschen um. Alles klar? Alles klar? Oh, hier, die können wir so aufsetzen, auf dem Panzerturm. Dann wären die Jungs nicht so nass. Okay, dann halt nicht. Nein, ich möchte keine Muni. Hau ab damit. Mensch, ich möchte keine Muni. Dann wird's hier genötigt, das Feld schnell zu verlassen, weil er einen immer wieder Munition anbringen will. Okay, fahren wir mal schnell in den Wald rein. Schön Deckung. Immer schön Deckung. Immer die Mutter der Porzellankiste spielen. Okay, das ist jetzt nicht Muni, der Porzellankiste, das ist Elefant im Porzellanland. Ah, so. Das Gegenteil von vorsichtig. Das ist jetzt der Zeppelin-Halle, ne? Felder der Normandie. Alles klar. Boah, mit schlappen 30 kmh bewegen wir uns jetzt mal. Ups. Richtung Gegner. Oh, jetzt haben wir 40. Mensch, 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 Mensch. Nicht, dass wir gleich abheben. Müssten wir noch Flügel dran basteln. So, wir sollten lieber mehr nach vorne gucken, anscheinend zur Seite. Der Gegner hat auch nicht mehr viel gegen. Wer uns, hat auch nicht mehr viel uns entgegenzusetzen, wie es aussieht. Ah, jetzt verschwindet die Büsche. Von den Büschen aus in den Wald. Ah, bin wir auf dem Russen schon gelandet, ne? Ux-Rüttel in die Wald. Jetzt fällt mir dazu nicht ein. Oh, kommst du's auch nicht mehr an. Ich kann mir auch ein, geht nur hier. Bye. Ich bin jetzt noch einiger. Ich bin jetzt schon fertig. steckt ja nicht mal wieder war hinter uns stehen würden und muss er sich aber auch böse an wenn er schießt meine hier nur wo das ist ja eigentlich weg so fängt das wieder aus weiter gucken das war ich hier als fahrzeug herr, okay alles klar bis zum nächsten mal, euer Renko auf renko.fp tschau tschau, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten mal auch wenn es überhaupt nicht spannend war, aber hey, was soll's tschüss